Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Seelokinen und wir haben ein fettes Problem und zwar hier die Giganten und die Giganten. Wir haben zwei gigantische Ami vor unseren Toren. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Königlich belltasten. Ich würde halt so gerne hier die ganzen Sachen ausbauen. Aber wir haben eh schon kaum Nahrung. Minus 2 öffentliche Ordnung. Minus 4 Nahrung. Das gibt uns 6 Nahrung. Dann baue ich den aus. Öffentliche Ordnung. Wohlstand. Hier das da. Turius Sperre. Minus 4 Nahrung. Ist momentan noch zu teuer. Öffentliche Ordnung. Plus 10. Minus 4 Nahrung auch. Mache ich trotzdem. So. Okay. 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 Äh. Hier. 9. Das war schon mal besser. Okay. Bitte nehmt meine bescheidene Person. Trotz eurer gewandten Fürsprache, mein lieber Freund, kann ich diesen Bedingungen nicht zustimmen. Wenn ich dir 2.000 Euro. Was? Äh? Eure Götter gaben euch. Oh. Ich hab nur noch 100. Wieso hab ich jetzt nur noch 100? Achso. Wegen dem. Okay. Dann hat sich's eh erledigt. Okay. Nicht so 100 plus. 1700. Und der da wird, äh. Wird ein bisschen krantig sein. Da bin ich echt gespannt. Auf diese Schlacht. Fünf Runden. Eine Runde. Zwei Runden. Und der. Entweder hier auch. Oder eine Runde. Zwei Runden. Hm. Hm. Jam, 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 jam. Geh mal. Ja. Ich versuch mit dem eine Runde, zwei Runden. ja ich muss mit dem hier falls der da und dann ja eben muss ich er geht raus das ist wunderbar und ich werde das alle wie viele zwei vier sechs elefanten habe ich kein wunder dass ich das die haben hier so genannt habe ja es kam das beben und ich habe sechs elefanten was läuft denn bei mir okay aber dennoch dennoch muss ich extrem aufpassen auf die fünf beginiere die er hat der bekommt noch hilfe aber das ist ja nicht so tragisch okay die elefanten machen natürlich die mitte aus streitfolgen gehen hier hin die gehen hier hin die gehen hier hin die gehen dahin okay let's go okay es nähert sich feindliche unterstützung beginiere und blieben beginieren beginieren schwertkämpfer 2 3 4 5 alles klar okay sind alle hier die werden hier hingehen ach so der der kommt zu mir das ist gerade ein bisschen so wir sind so bläckchen hier durch hier rein die 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 das die der Was sind eure Befehle? Nein, wir fliehen Sie doch! Unser General wird angegriffen. Oh, fette Adler. Warte, die Ehe fahren einfach mal hier durch. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. So, wir sind einfach sehr schön hierhin. Eine unserer Einheiten ist in Rasserei geraten. Der hierhin, der dahin, der dahin, der dahin, der auch dahin. Die helfen denen mal. Hier rein, der dahin, der passt. Die fahren nochmal hier durch. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, fortfahren bitte. Und alle Verfahren. Okay. Okay. So. Ja, nice. Also, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Hab ich zu... Ne, ich hab einen verloren, oder? Also, hier auf der rechten Flanke. Also, hier auf der rechten Flanke. Glaub ich, hab ich einen verloren. Ah, genau. Einen von denen. Aber, äh, sind ja nur seltener. Alles gut. 200 verloren. 200 verloren. Aufgestellt. 848 gegen 2400. Goal. Ich glaub 400. Hm. Doch, 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 doch. Dann würd ich sagen, gehört's. Noch nicht. Ja. Ja. Manchmal... ... ... ... ... ... Manchmal muss man da dann die, die Stadt doch noch einnehmen. Und dann... ... 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 Das dachte ich mir, dass die kleinen verlohnen Spartaner jetzt in die Gegend kommen und das also Sparta in meiner Gegend ist sehr schlecht. Die Spartaner haben so krasse Bohne hier, sobald man mit einer Armee weggeht und die die Leute oder die feindliche Armeen vertreibt, kommen die nächsten wieder. Ärgerlich. Jetzt kommen ganz viele da unten. Eieieiei. Okay, sie lange erobern, das ist wunderbar. Leider kann ich hier gerade nicht sehen, was der daraus gemacht hat. Ist gut, das sehe ich hier, schaue ich mir dann. Ah ok, er hat eigentlich nichts gemacht. Das ist gut. Wunderbar. Okay. Das heißt, die da könnten wir glatt wieder abbauen, abreißen und stattdessen was für die öffentliche Ordnung tun. hier unten. Ja, hier ist jetzt der da, hier ist der da, hier ist der da, der da und der da. Wunderbar. Also, Petra wird das alles stemmen, weil die haben, da haben wir 5 Pekingier Einheiten. Äh, 4 Kavallerie Einheiten, 4 Hügel mit, also da kann er nichts machen. Also hier gegen ist, also er kann nur belagern. Ähm, da gehe ich hier hoch. Jerusalem, das seid ihr jetzt auch wieder ungeschützt. Minus 3 öffentliche Ordnung. Ähm, ja, aber ich, ich muss, ja wobei, ich hab jetzt ja relativ gut, gut was hier. Ähm, mach ich, damit der nicht allzu leichtes bekommt. Eine Pekingier Einheit ist hier nur. Ähm, ja, ich, ich brauche eigentlich nichts zu rekrutieren, weil nächste Runde greift er mich da an. Äh, hier was rekrutieren. Minus 3, aber das ist halt, ähm, ja, Auskundschaften. Äh, aufgebrachte Bevölkerung. Einkommen stehlen. Steuern. Überfall. Steuern. Minus 20. Da könnte ich ganz, ganz ehrlich, warte mal. Dann mach ich mal hier die, die Steuern. Wieder. Normal. So. Dann sind sie hier positiv. Okay. Ähm, wir haben ja momentan zum Glück hier wirklich noch Positives. Gebrochenes Abkommen mit Namathair, als ob ich, das finde ich auch so schade. Also weil, weil ich hab's ja nicht gebrochen. Die sind gestorben. Seid willkommen, werter Gast. Ich... Die Verteidigung des Staates braucht keinen weiteren... Hm... Seid gegrüßt, mein Freund. Trotz eurer gewandten Fürsprache, mein lieber Freund, kann ich diesen Bedingungen nicht zustimmen. Hm. Sie missbillen irgendeine Militäraktion gegen Namathair. Okay. Äh, ihr habt mir Kriege erklärt. Und andere. Was? Was ist andere? Gebrochenes Abkommen mit Namathair. Ja, ihr habt's gebrochen. Beziehungsweise... Ja. Ihr... Ich hab nix gebrochen. Ihr Depp mir. Varsilia. Ich werde mir eure Worte anhören. Lass es ab. Okay. Seid gegrüßt. Frieden? Frieden. Frieden, Frieden, Frieden. Wollt ihr nicht. Ich weiß. Okay. Palmira. Mach ich mal so. Und, äh, hoffe, dass es nicht gleich wieder von allen Ecken... Das ist ja nicht wieder von allen Ecken plötzlich, äh, alle Armeen wiederkommen. Also... Momentan sieht's ja gar nicht mehr so schlimm aus. Bis auf hier unten und die zwei. Aber hier die ganzen Armeen sind echt nicht so wild. Und die ganzen Agenten nennen meinen Homie. Ich muss echt, äh, ich brauch echt endlich eine Assassine. Äh, aber das dauert ewig die auszubilden. Naja. Und das ist sehr kostspielig. Gut. Äh, das war abzusehen. Was hat er denn hier? Äh, Speerkämpfer. Aber das da ist halt, ouch. Aber ich hab ja, ähm, ich hab Kavalei. Also rein theoretisch. Das da könnte ich noch schaffen. Aber dann kommen halt die nächsten. Also eine Schlacht schaffe ich, die nächste werde ich verlieren. Ach, hier ist es. Okay. Ähm. Hm. Ich stell mich mal hier so auf. Also relativ. Ja, wo, wobei. Nee. Ich, ich stell mich wieder normal auf. So. Ich stell mich wieder normal auf. Weil ich dadurch eventuell mehr mit meinen, mit meiner Kavalerie tun kann. Hoffe ich. Weil er hat sehr viel Kavalerie. bei mir. Oh. Okay. Okay. Ich hab grad hier weiter. Ooh. Aber dann hat er die wahrscheinlich gesehen. das kann irritiert unser general wird angegriffen mhm 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 schnull weg das hat eine meda kavalerie da so ein bisschen blöd mhm hin und her, voll zurück die männer wanken mhm, natürlich wanken die mhm, ja, naja wie lauten eure Befehle? schief! lasst die bluten! ok, die haben keine Chance bis ich da drüben bin sind die schon weg ey, ich muss trotzdem das probieren mhm, unsere Männer fliehen vor der Schlacht das ist ein schändlicher Anweck ja, wobei ja, doch mhm, das ist halt hier ein bisschen blöd jetzt und zwar blöd aber noch geht's und wir sind ja doch wir sind ja das ist ja eigentlich in der die 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 hat es halt dieses mal auch cleverer gemacht als sonst. Also der hat nicht die ganze Zeit nicht so dumm rumgeguckt, sondern hat richtig solide von allen Seiten angekriegt. Die ist halt sehr blöd. Hm. Warum bewegt ihr euch nicht? Das ist dumm. Hm. Die haben sich natürlich wieder erholt. Warum auch nicht? Ja, aber der Feindliche auch. Oh ja. So. Eine unserer Einheiten ist ein Rassereigraf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh ja. Gut. Aber das war klar, dass ich das verliere. Die gesamte Einheit ist ungekriegt. Äh. Er hatte auch, er hatte viel zu viel Fernkämpfer. Also wenn er nur Fernkämpfer gehabt hätte, okay. Aber mit Blankler-Kavallerie? Eieieiei. Das war dann auch zu viel. Jetzt kommen die wieder, ne? Pontos. Come on. Du willst das doch gar nicht. Ihr bleibt einfach, ihr bleibt einfach klein. Warum? Warum? Ihr mögt mich. Warum? Weil ich so viele Feinde habe, oder was? Eigentlich hatte ich gehofft, dass die nicht so dumm sind. Mann. Na gut. Noch ein Feind mehr. Und ich dachte gerade geht's gut. Ah, Padawa hat sogar gerade... Oh. Oh. Padawa hat sogar das gerade übernommen, oder? Ekra. Stimmt. Krass. Gut. Also. Ähm. Was mache ich mit dir? Eine Seeschlacht mit... Oh Gott. Ja. Das wäre eine Seeschlacht mit zwei Einheiten. So ungefähr. Okay. Die plündern jetzt auch wieder alle. Was ist los mit euch? Was ist so verkehrt bei euch? Ich verstehe es nicht. Gut. Naja. Also. Das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Die da werde ich erstmal hier lassen. Zumindest. Äh. Ja. Knapp drei Runden. Wobei. Eigentlich könnte ich die da jetzt nach da schicken. Die da. Nach da. Und dann. Die da. Ach. Ja. Mal schauen. Also. Gegen die da kann ich auf jeden Fall verteidigen. Das ist alles hier easy. Ähm. Es sei denn er geht dann vorbei und dann Richtung Jerusalem. Äh. Alles. Nee. Nicht so einfach. Ach. Ich habe ja weder kein Geld. Okay. Alles klar. Ja. Die plündern ja. Bis zum Exzess hier. Gut. Dann. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020